So, ich würde jetzt mal eiskalt behaupten, ich bin die Queen unter den Logos. Keiner wollte mit mir antreten, ja, deswegen sitze ich hier heute alleine und mache mit euch die Logo-Challenge. Und ich würde sagen, los geht's, ich habe keine der Logos vorher gesehen. Ihr dürft natürlich mitraten und mir in den Kommentaren verraten, wie viel ihr geschafft habt, ja. Los geht's mit dem ersten Logo. Fünf Sekunden sind um. A few moments later. Slazendisch. Slazendisch. Okay. Windows. IOS. Microsoft. Microsoft. Ja, ne, Windows, okay. Microsoft Windows, come on. Garante. Lacoste. Ticksel. Ja, das ist so krass. Die Magie eines Logos, einer Farbe ist einfach wow. Branding. Amazon. Das ist einfach nur ein blauer Strich. Was soll denn das sein? Weiß ich nicht. Beko. Was? Beko. Come on, was ist das bitte? Ein Baum? Warte mal. L'Occitane. Hä? Tennis lebt dir hier rein. Ne, sorry, kenne ich überhaupt nicht. Shell. Ich komme nicht drauf. Warte mal. Taylor? Toyota. Was ist das bitte? Taylor, Taylor Brand. Tesla. Ah, Tesla, ja. Reebok. Sketchers. B, 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 B. Ne. Blackberry. Blackberry. Telefon. Ne. Airbnb. Arascargo. Kloster, Klosterfrau Melissengeist. Blackberry. Noch nie von dieser Marke gehört. Du? Red Bull. Blackberry. 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 Stopp. Ey, ich bin echt eine Logoqueen. Ich kenne fast alle Logos. Ja, aber das ... Ich habe es, aber ich komme da nicht drauf. Sorry. Ander Scharmhaus. Ander Amour. Ander Amour. Ander Amour. Ander Amour. Das U und das A. Das ist eine Sportbekleidungsmarke. Arcelic. Ander Amour. Ander Amour. Ander Amour. Ander Amour. Deswegen kenne ich die Sender überhaupt nicht. NBC. NBC. Also ich glaube in diesem Logo sieht man auch einfach knallhart so ein ... Wie nennt man diesen Vogel noch? Ihr seht es. Aber das sieht man nur indirekt. Also ich habe beim ersten Blick nur diese Symbole gesehen, diese Blasen. Aber beim näheren hingucken seht ihr ja diesen Vogel da drinnen. Krass. Mindblowing. Next. Ich glaube es ist eine Bekleidungsmarke. Schätze ich jetzt mal. Aber ich weiß es nicht. Gib mir einen Tipp. This is a luxury brand. Das ist eine Luxus-Brand. Okay, da bin ich raus. Weil ich lege null Wert auf Luxus-Brands. Weil ich habe das Gefühl, diese Luxus-Designer Sachen kaufen nur Leute, die so aussehen wollen. Ich will die so aussehen. Luxus-Brand. Go to the ... your channel ... the same family. Ralph Polo? No, no. Go ahead. Go ahead. M-mh. Hermes. Hermes? Nö. Bin ich raus, Leute. Hättet ihr gewusst, dass das das Hermes-Logo ist? Nö. Sorry. Poblerone. Ja. Cool. Puma. Warte. Das ist eine Cargo-Firma. TNT? Mh. Es ist eine Cargo, aber ich weiß nicht welches. Ah, warte. Du, FedEx. 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 Oh Gott, musste ich scheiße lange überlegen. FedEx. Ich glaube, hier sieht man auch in dem Logo, ey, das ist einfach so Boom, dass dort ein Pfeil ist. Ja, und der Pfeil sagt einfach, wir sind ein Transportunternehmen und das ist so geschickt in diesen FedEx, in diesen Part eingebaut, dass man das eigentlich gar nicht als Pfeil wahrnimmt, sondern einfach nur als Leerzeichen. Genial. Boom. Genial. Tag Heuer. Ich weiß, dass es was mit einer Uhr zu tun hat, aber ich weiß nicht, was das ist. Quarz. Swatch. Warte mal. Nee. More expensive. More. Rolex. No. Rolex. Mhm. And stars with all. Ich glaube, Characan hat mal dafür geworben, wenn ich mich nicht täusche. Omega. Omega. Oh, nee. Sorry, Omega. Swiss. Swiss. Swiss, ne? Squatch. Squatch. Ist das jetzt ein Logo? La Roche-Posay. Bono. Jaaaa! Lancome. Okay, das muss eine Automarke sein. Boah, bei Autos bin ich nicht so gut. echt raus, ne? Bei Autos. Suzuki. Suzuki, ne? Automarke? Ja, also wenn Sami jetzt hier wäre, der ist übrigens leider nicht da momentan. Deswegen hätte ich eigentlich das Video mit ihm wahrscheinlich gedreht. Der hätte sofort gewusst. Ich weiß es nicht. Sag mal. Neymys. Sag mal. Mitsubishi. Jaaaa! Mitsubishi. Oh, stimmt. Ja. Boah. Das habe ich letztens irgendwo gesehen. Oh, nee. Scheiße. Banker. Ah, okay. Das ist ein altes Logo und das hat sich wo geändert. Eine türkische Bank? Nee. HSBC. Hä? HSBC? Nee. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Meine Connections zu Banken sind jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also ich bin nicht so oft bei der Bank. Und kenne mich da mit Ökonomie und so auch überhaupt gar nicht aus. Also da bin ich eher so ein bisschen... Nars. Nice. Das ist ein schwarzes kleines Herz. NYX? Ja? Ja. Wow. Oha. Hättet ihr nicht gedacht, wie wir... How brands work? Ja. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. MAC. MAC. Mit Kosmetik habt ihr mich da. Und ihr seht ja auch nur, dass ich nur einen bestimmten Part jetzt zum Beispiel bei diesem Logo erkenne. Hier bei dem MAC ist es nur das Ä. Und trotz dieses Äs erkenne ich, welche Marke das ist. Also Branding... Geil. Converse. Richtig? Dodo. Yay. Dieses Logo habe ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen. Ich habe einen neuen G-H-Girl mit dem Membo-Logo. A Category? Aber guck mal was? Von der Form, wie fühlst du es, wenn du siehst? Okay. Ähm... Ich vermute, dass es... Children. Okay, ja. Kinder. Ich denke mal, dass es Kinder ist. Irgendeine Spielzeugmarke? Clay Company? Baskin-Robbins. Baskin-Robbins-Eiscream? Habe ich noch nie gehört. Barbie. Baskin-Robbins. Dominos. Das ist easy peasy. Das hat auch irgendwas mit Kleidung zu tun. Nee, warte mal. Rechtsschutzorganisation. Peter. Save the... Das ist ja ein Panda-Bär. WWF. WWF? World? Nee, da bin ich raus. Das... Ja. Als ich wusste, in welche Richtung es ging. Aber ich habe tatsächlich nicht erraten, was es war. World Wide Fund for Nature. Okay, habe ich wirklich tatsächlich noch nie gehört. Volkswagen. Volkswagen. Motorola. Der hat nicht gedacht, dass ich das in Motorola erkennt. Pepsi. Gillette. Hehehe. Gillette. Zwischen dem G und dem I, passt mal auf, sieht man übrigens auch eine Rasierklinge. Also die Schärfe der Rasierklinge. Ach, das ist so genial, Leute. Das ist so... Bam. Auto? Ferrari? Das war jetzt aber schwierig, ne? Das war jetzt tatsächlich nur ein Zufalltreffer, dass ich Ferrari erraten habe. Next. Bitte! Ich würde sagen, ich habe jetzt 90 Prozent, würde ich sagen, habe ich erraten. Schreibt mir doch gerne mal, wie viel ihr erraten habt. Ob euch das Video Spaß gemacht hat. Ob ihr ihn wünscht. Und ja, ich glaube, da gibt es einfach noch so viele Logos, die ich jetzt hier gar nicht gesehen habe, die ich einfach noch so im Kopf hatte, wie Coca-Cola oder so. Den ich gar nicht gerechnet habe, aber die kam mir nicht vor. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis bald, Rian. Tschüss. Hehehe. Jäule M squattet packx2 packx5 be packx5 packx5